22. Internationale Jazzwoche Burghausen 1991. Im zweiten Bericht gibt es bei uns heute eine Begegnung mit einem Trio, das sich um den Musiker James Blatt Ulmer bildet. Dann Boogie-Töne, Made in Germany, Christian Willison, der in Burghausen Riesenbeifall bekam und dann noch Musiker, die einst mit James Brown spielten. Makeo Parga and Roots Revisited. Musik 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 Musik